Anna, bei uns klappt es an der Tür. In der Tür haben wir die Klingel. Barbara hat ihn reingelassen. Wenn ich Bobo so sehe, da schäme ich mich fast, dass bei uns so wenig passiert. Dass ich noch nicht mal überfallen wurde oder vergewaltigt oder wenigstens ausgeraubt. Mario, du und ich, wir leben in einem Land, dessen Kultur 13.000 Jahre Vorsprung gegenüber anderen Kulturen hat. Davon profitieren wir. Also büßen wir auch dafür. Soll ich mich für alles, Elend der Welt, verantwortlich fühlen? Wie kann man denn nur so denken? Mal's weg! Wir wissen, wo die anderen anfangen und wir aufhören. Wir wissen, wo wir aufgehen und wo die anderen anfangen. Wir wissen Bescheid über uns und über die anderen. Ich hab gleich gesagt, dass das nicht gut geht.